Musik Gut, kommen wir zum nächsten. Die Eismaschine, die Soft-Eismaschine. Die Soft-Eismaschine sieht so aus, nur in Reallife noch schärfer als auf meinem Handyfoto. Sie steht auch nicht mehr da, wo sie auf diesem Bild steht, sondern sie steht jetzt da, wo früher die Stickmaschine steht. Deswegen steht die Stickmaschine jetzt da, wo früher nichts stand. Die Soft-Eismaschine ist eine Leihgabe vom Chaos München, vom MyCCC. Sie war auf der Gulaschprogrammier-Nacht, das war diese Prä-GPN in Karlsruhe. Dort hat sie ganz leckeres Gulascheis gemacht. Ich habe dann den Martin von Münchnern gefragt, ob wir die auch auf den MRM-CDs haben können. Er meinte, das wäre kein Problem, wenn wir uns um den Transport kümmern. Also haben wir uns schon um den Transport gekümmert, bevor die MRM-CDs überhaupt stattfinden. Jetzt haben wir sie bis zu den MRM-CDs hier im Raumzeitlabor. Aktuell macht sie ganz leckeres Waldmeister-Eis. Ich denke, wir werden da auch noch sehr leckere andere Kreationen aus dieser Maschine kriegen. Wir machen das wie auf der GPN. Eine Portion Eis mit leckerer Premium-Waffel kostet irgendwie 50 Cent Spende. Und ja, da können wir auch noch Sachen experimentieren. Momentan haben wir da so Pulver drin. Ich glaube, man möchte langfristig da irgendwie lecker selbst was zusammenschütten mit Früchten und so richtig Natur und nicht so viel Chemie, wie es jetzt ist. Ja, da gibt es dann auf diesem tollen Schild, was dran steht, wer diese Maschine finanziert hat. Das ist nämlich auch so etwas, was eine interessierte Gruppe Leute, man sieht es wahrscheinlich nicht auf dem Video, aber egal, eine interessierte Gruppe Leute hat das finanziert und sie ist toll. Und wir bedanken uns schon mal recht herzlich bei Münchner CCC, dass wir die so lange haben dürfen. Da sie weder uns noch einem Mitglied von uns gehört, ist natürlich besondere Sorgfalt angebracht, wie die Reinigung und so weiter funktioniert. Könnt ihr bei interessierten Leuten, zum Beispiel Sülscher, erfahren, der zeigt euch das gerne. Ja, so sieht dann so ein Eispulver aus. Toll. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit, das war es von meiner Seite, habt Spaß. Applaus 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 Vielen Dank.